Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch die Pech und Schwefel von Pyruland. Das sind zwei geile Bombenrohre und zwar einmal mit dem Effekt Salut Knallstein und Salut Orange. Da kommt sozusagen eine Knallstein-Krosette raus und dann auch noch mit einem PKS-Schlag drin. Also zwei Effekte in einem Rohr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und ein Ding von dem hat ungefähr, ja hier steht es, 24,5 Gramm NM. Los geht's. So und jetzt hier viel Spaß mit den Pech und Schwefel Bombenrohren. Einmal haben wir, zuerst machen wir Salut Orange und als zweites Salut Knallstern. Los geht's. So und jetzt als zweites Salut Knallstern. Los geht's. Ja, richtig geiles Produkt. Hat mir gut gefallen. Für mehr Videos abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.